Hallo und herzschuh ganz ruhig zu Let's Play Hearthstone mit mir Dillkmann. Beim letzten Mal sind wieder Sachen passiert, die ich nicht wiederholen kann. Ich habe meine neue Aufgaben nicht gemacht. Wir haben ein Kartenchaos gespielt. Das ist doch schon was, oder? Das gleiche machen wir heute auch. Okay, Größenwahn. Willkommen bei diesem äußerst gefährlichen Kartenchaos. Ihr könnt all eure besten Zauber verwenden, aber für eure kleinen Diener ist dieser Kampf zu hart. Euer Deck darf nur Diener enthalten, die 7 oder mehr kosten. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele habe. Ja. Einmal hier die Runde machen. Oder Zauber anscheinend. Da haben wir aber nicht genug. Ach du Schande. Jetzt muss ich extra hier... Ah, ne, wir haben noch mehr Zauber. Hm. Okay. Dann geht es ganz knapp. Ohne Spaß. Also... Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Was könnte ich denn noch... Droide? Der hat, glaube ich... Na. Ja, komm, ich guck mal. Das ist das doofe, wenn man, wie ich, nicht so viel hat. Aber der Droide scheint schon mal mehr zu haben. Ähm... Jetzt müssen wir schon mal ganz kurz gucken. Heilende Berührung. Obwohl doch... Hm. Ich hätte gerne... mehr... 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 Zorn. Was hole ich dafür raus? Ein Anregen... hole ich dafür raus. Ja. Versuchen wir das mal so. Das doofe ist halt... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Monster. Hm. Ich versuche es mal. Ihr könnt euch schlecht denken, dass elf Monster zu wenig sind. Es ist einfach so. Wir werden wohl... gut aus dem Maul bekommen. Aber... wir versuchen es. Wir versuchen es. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich wüsste auch nicht, also... Ähm... Ich kam mal zuerst auf den Hexenmeister wegen Jaraxis. Aber hier fällt auch sonst keiner ein. Der vielleicht, äh... ein, ein, ähm... Champion-spezifisches Monster hat. Mir fällt einfach keiner ein. Das ist ein bisschen doof. Ähm... Ich möchte... Nichts von dem. Ich brauche... diese extra Mana-Kristalle. Und ich bekomme sie nicht. Aber... Das ist ein Vorteil. Der Gegner kann ja auch noch nichts. Vor allem so von wegen Monstern spielen. Zorn. Okay. Und wir bauen... Zumindest... Ähm... Ja, Rüstung auf. Das ist schon mal... ein kleiner Schritt, sage ich mal. So. Ähm... Ich will es brüllen. Ich guck mal. Frost-Blitz. Autsch. Die Rüstung zählt. Das ist, äh... Alles. Der verschießt hier seine... seine Zauber. Ich hebe mir die auf jeden Fall auf. Die sind nämlich ganz gut. Ähm... Äh, ja, ein Geheimnis. Jo. Wir können immer noch nichts machen. Oh, Mann. Im nächsten Zug... Wie heißt das? Anregen? Das wäre geil. Ah, ja. Was kommst du... Womit kommst du jetzt? Hä? Hä? Ähm... Wir könnten Zorn machen, aber das lohnt sich einfach nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Gut, deswegen... Greif mir selber ein. Ich bin mal gespannt. Hm. 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 Nachvollziehbar. Frost-Blitz. Blöde. What? Hm. Hebe ich mir auf. Auf jeden Fall. Das ist viel zu gut. Ähm... Tatsächlich dann... Zorn. Schwing. Gift-Samen. Hm. Ich sag's mal so. Ich sag's mal so. And James... Hat... Äh... Schon mal... Beide Frost-Blitze? Frost-Blitze? Beide... Zwei Frost-Blitze weggeschmissen. Für mich ist das gut. So, und jetzt können wir, ähm... Endlich Monster spielen. Jetzt ist halt die Frage... Welches? Weil wir haben ja schon ein paar. Ähm... Zum einen spiele ich als erstes... ...den Assassin. Oh, Spiegel... Ja, okay, Spielgestatt. Damit hätte ich rechnen können. Müssen. Ähm... Das ist in Ordnung. Das ist... In Ordnung. Die sind verstohlen, Freund. Du kannst da, glaube ich, gar nichts machen jetzt. Glaube ich. Wäre doof, wenn... Ha. Ah, ein Kriegs-Gohem. Das ist doch was Schickes. Autsch. Aber... Ich bin hier nicht ganz blöd. Ich hab natürlich ne Idee. Und das ist, ähm... Ah, stopp, 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 stopp. Giftsarm. Schwing. Ähm, gefolgt von... Gut, ich verarschen. Ich hab Mana zu wenig. Oh, Gott. Das ist doch so ein Scheiß. Ähm... Ähm... Dann... War's das vonerst mal... Natürlich sind wir jetzt nicht beim Pennen. Oh, wir hatten ein Mana zu wenig. Ich hab nicht nachgezählt. Trotzdem. Nächster Zug, Sternregen. Klingt nach nem Plan. Ich hätte natürlich jetzt ne Runde noch damit warten sollen. Ah, und vielleicht mit dem Assassinen erstmal angreifen. Oh, Mann. Wir werden immer mehr Sachen bewusst. Immer mehr Fehler. Aber er scheint keine Monster zu haben. Was ich... Verdammt komisch finde. Ja, dann ist es halt so. Vielleicht hat er noch ein Geheimnis. Nö. Nix. Das ist... Sehr komisch. Ich würde sagen... Ich spiele selber... Nen Kriegsgolem, damit er trotzdem noch dran vorbei kann. Oder solche Kriegsgolde mit Spock spielen. Ja, klar. Wieso nicht? Neues. 1,99. Das kann man mal machen. Denke ich. Ähm... Ja, jetzt hat er natürlich die ganzen Zauber auf der Hand. Das ist ja irgendwie klar. So, jetzt kriege ich Saures. Oh, Mann. Ah, der hat bestimmt jetzt den großen Feuerball noch auf der Hand. Könnte ich Geld drauf wetten. Ähm... Das ist sehr gut, dass ich das jetzt gezogen habe. Also erstmal... Sternregen. Steht außer Frage. Ähm... Heilende Berührung. Und... Den Einschlag, den setze ich dir. So, als nächstes... Ich würde schon fast den Eisenborken-Beschützer holen. Aber noch ohne Wahl der... Mal der Wildnis. Wahl der Mildnis, genau. Ähm... Aber je nachdem, was er spielt, vielleicht Zorn. Hm, Kernhund. Süß. Süß. Hm. Feuerschlag. Das ist perfekt. Dann spiele ich doch nicht den Eisenborken-Beschützer. Sondern Sternregen. So, ich mach wieder... Eher einen kleinen Zug. Aber naja. Ich hab keine Ahnung, was der hat. Der will ja auch keine Monster spielen. Jetzt hat die Frage, Magier kann gut ohne Monster auskommen. Ich frag mich halt, was der jetzt noch so hat. Jetzt hat er die ganzen kleinen Scheiße halt. Okay, es sind drei Schaden. Und? Eine Eislanze. Friert mich ein. Und nochmal Eislanze. Das sind vier Schaden. Ich hab halt immer das Befürcht... Das Befürchtnis... Dass jetzt im nächsten Zug so so ein Lappen kommt. Und mich kalt macht. Ähm... So so ein... Ach, dieser große Feuerball. Den ich echt nicht leiden kann. Ähm... Das ist jetzt der... Das ist jetzt der... Hm. Aber er spielt wieder kein Monster. Deswegen hab ich extra den... Kernhund gespielt, weil der so wenig Leben hat. Okay. So, das war's. Gut. Himmel. Himmel. Ähm... Ich... Spiele... Kann ich Zorn? Ah, fügt einem Diener. Ähm... Dann doch nicht. Was mach... Wie mach ich das? Weil... Er braucht ja nur noch zwei Schaden. Dann kann er mir... Den großen Feuerball reinjagen. Heilen kann ich mich nicht mehr. Ähm... Mal der Wildnis kann ich nachher immer noch machen. Dann hat es halt die Frage, ob ich... Mir wildes Brüllen so lang aufheben kann. Ob ich so lang überlebe. Fragen über Fragen. Spannung. Spannung pur. Ähm... Ich werde aber, denke ich, den Kriegsgolem spielen. Äh... Was? Ach, Schaden! Huah! Was ist das bitte? Wow! Die kenne ich noch gar nicht. Okay, ich habe auch so wenig Karten. Daran wird es wohl liegen. Giftsamen. Hm. Schon noch einen Kriegsgolem. Und spiel mal nichts drauf, weil er wird eventuell... wieder irgendein blödes Item dafür haben. Man kennt ihn doch. Man kennt ihn doch. Also irgendein Zauberer. Was weiß ich. Die großen Feuerball Junge. selber ein Kriegsgolem. Oh, das kann man machen. Das kann man auch lassen. Ja, du... Das war's, Freund. Ist teuer. Ah, du hast trotzdem noch was? Ach, der hat doch noch die Münze, oder? Oder werden keine Münzen... Doch, es werden Münzen ausgegeben. Sehr gut. Oh ja, das... Das lohnt sich. Das lohnt sich. Ähm... Hm. 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 Das, ähm... Jo. Ne? Oh, scheiße. Ähm... Oh. Interessant. Das ist sehr interessant, Freund. Hm, hm, hm. Okay. So. Ähm... Ich hingegen... Greife einmal so an. Jo, dann bekommt er halt 8 Rüstung. Das ist zwar doof gelaufen jetzt, aber... Ah, ne. Das kann ich jetzt nicht spielen. Ich habe eigentlich... Mit einer anderen... Mit einem anderen Geheimnis gerechnet. Weil dann hätte ich jetzt einfach so einen spielen können, ne? Ähm... Oh, Mann. Ne, ich spiel... Ich spiel Sternfeuer. Bam. Batch. A Batch? Jetzt habe ich Pranken gebt. Zweimal. Das ist auch okay. Ähm... Warte. 8... 10... Das reicht auf jeden Fall nicht. Ähm... Oh, das ist aber... Interessant, Freunde. Ja, jetzt kommt ein Feierschlag. Schaut mich an, ich bin cool. Kroll. Hahaha. Das gräumt. Okay. Stopp. Ne. Doch, ist richtig. Prankenhieb. 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 Und ein Prankenhieb. Schwing. Und wir führen, Freunde. Das ist... Arschknapp. Und er kriegt mich einfach nicht auf 10 runter. Das ärgert ihn bestimmt tierisch. Aber was machen wir? Ihr könnt nicht so langsam, aber stetig weitermachen. Aber er hat... Er hat ja auch Monster. So ist es ja nicht... Ah... Okay. Okay, was wir machen. Freunde, passt auf. Scheiße. Doch. Yes. Das ist genau die Karte. Hier, die du brauchst ja an. Ich hab halt gedacht. Ne, er greift mich einmal an. Und dann hat er noch einen großen Feuerball. Junge. Ähm. Jetzt haben wir aber einen Spott. Wow. Das ist heute so auf unserer Seite. Das war sehr glücklich. Das war sehr glücklich. Hm. Jetzt könnt ihr natürlich beide Feuerball laufen. Jo. Toll. Nö. Ja, der ist trotzdem eingefroren. Junge. Ach. Ich meine, das ist trotzdem Spott. Oh, er hat keinen großen Feuerball. Das freut mich zutiefst. Okay. Oh, toll. Ah, ein Mana-Kristall. Verdammt. Okay, was machen wir? Was machen wir? Das reicht nicht. Egal, was ich damit vorhabe. Okay, wie viele Karten hat er noch? Sechs. Zwei. Drei. Oh. Ähm. Ich könnte Giftsamen machen. Gepaart mit Giftsamen kann ich aber dann nichts mehr machen. Das ist ein Problem. Ich würde nämlich schon noch gerne was anderes spielen. Das geht aber nicht. Das heißt, ich spiele Krul. Und greife ihn einmal an. Bitte hat er jetzt nichts Großartiges gezogen. Das ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Hab ich persönlich kein Problem mit. Danke. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Match, weil die Matches, wo wir relativ lange dauern, vielleicht mache ich auch nur zwei, heute. Weil, guck auf die Uhr, wie jede Woche, ich bin müde. Es hat Quality Content, Freunde, ja, und zwar direkt am nächsten Tag, Bitch. Okay, ja, trotzdem, ist halt für mich ermüdend. Egal. Ihr habt das so gewollt. Schon wieder so eine Plumpskuh. Aber, wir haben das gerade eben ganz gut gemeistert. Vielleicht kriegen wir es wieder hin. Kein Mana-Kristall, kein Anregen, nichts. Oh, das tut weh. Ah, es geht. Das geht. Ähm. Ja. Ja, dann ist es halt so, ne. Im nächsten Zug, Zorn. Klein, aber fein. Nee, 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 nee. Zorn. So, das, ähm, läuft bei uns. Okay. Oh, Krool. Ich mag Krool. Krool ist ein Freund. Aber wir haben momentan nicht mehr. Ähm, das hier wildes Brüllen auf jeden Fall aufheben. Das ist Bombenkarte. Ähm, natürlich nur, wenn man mehr Monster auf dem Feld hat. Ähm. Wir bekommen einfach auch kein Mana-Kristall oder so mehr, ne. Das haben wir extra ins Deck eingebaut und wir bekommen es einfach nicht. Das ist ein bisschen schäbig. Ein bisschen. Ja, das ist natürlich... In dem Format hier ist es saugut. Aber es soll nicht sein, ne. Die packen mich an den Eiern. Eins, zwei, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun, das heißt, eine Karte kriege ich noch. Und dann ist es voll. Nee. Aber wir können noch nichts spielen. Wir hätten Sternfeuer, hätten wir spielen können. Oh. Dr. Boom. Geil. Okay. Seele des Waldes. Pfff. Muss das denn sein? Hm. Ja. Nein. Seele des Waldes ist auch genau das Falsche. Ich brauche das andere. Gift Samen, die bräuchte ich. Dreck. Hm. Shit. Jo, das ist jetzt nicht so toll, ne. Oh, verdammter Dr. Boom. Was mache ich denn jetzt? Sternfeuer. Oh, cool. Das tut jetzt vielleicht ein ganz klein wenig weh. So, neun Schaden, vielleicht zehn Schaden, vielleicht mehr ins Gesicht, ist eher uncool. Aber dass der auch Dr. Boom hat, ist frech. Oh, ja. Hm. Jo, was das mit den zehn angeht. Machen wir zwölf draus. Oh, stimmt. Meine Hand ist schon voll. Okay. Wir machen Sternregen. Besser als nix. Jo, jo. Autsch. Das tut weh. Gut. Wir sind so im Eimer. Wir sind so im Eimer. Okay. Hm. So ne Karte hab ich gar nicht. Jo. Ähm. Gut gespielt. Das ist, das ist das kleine Problem, wenn man halt nicht die richtigen Karten hat. Wir hatten zwar gerade eben gegen einen puren Magier hatten wir mehr oder weniger die Karten. Aber wir können ja mal gucken, ähm, wer denn eventuell, ja, ja, der hat nur diesen, ein, der hat nichts, der hat auch nichts, der hat auch nichts. Wächter der Könige, das war's, also hat er auch nur eins, ähm, der Priester hat nichts. Schokka hat nichts. Schaman hat nichts. Bei der Echsenmeister, da haben wir ja Lord Jaraxxus und die fiese Verdammenswache. Aber, das ist, na, das wär was, das wär mal ne Idee, das könnten wir gleich vielleicht ausprobieren. Das könnten wir vielleicht ausprobieren. Ähm, ja und insgesamt halt auch nur, ihr könnt jetzt Decks löschen, ich muss aber nicht, oder? Also kannst du, du, ja du, du, geh weg. Ist okay, ich möchte dich nicht. Ähm, ja, da haben wir eben die, etwas beschränkt unsere Auswahl. Wir öffnen jetzt das Kartenpack. Vielleicht bekommen wir hier eine, Karte, die passt. Ähm, Mann. Oh Gott. Buße. Geheimnis. Nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat, wird dessen Leben auf 1 verringert. Windzone habt ihr. 4, 5 Windzone, das ist eigentlich ganz geil. Gabelblitzschlag. Fügt zwei zufällig feindlichen Dienern zwei Schaden zur Überlagung. 2. Scharfschießen. Geheimnis. Nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat, werden diesen vier Schaden zugefügt. Teufelswache. Spottkampfschreie zerstört einen eurer Mana-Kristalle. Top. Okay. Ich gehe gerade auf meine Sammlung. Ähm. Wo war das Scharfschießen? Hab ich jetzt dreimal. Kann einmal gehen. Wunderbar. Ähm. Buße haben wir neu. Ähm. Gabelblitzschlag. Ein Zaubern. Und du hattest da einen neuen, die Teufelswache. Und du? Hier hatten wir... Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah doch, die Windzone habt ihr. Ah, die hat sechs gekostet, ne? Ja, hier ist er. Zweimal haben die wir die jetzt. Das ist ganz gut eigentlich. Ähm. Ähm. Und das auch nur, weil der die fiese Verdammniswache hat. Und äh. 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 Da fügt er einem Diener vier Schaden zu. Kann man mal machen. Ähm. 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 Äh. 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 Fügt auch an zwei zufällige Dämonen hinzu. Brauchen wir nur einmal, weil wir haben nur zwei. Äh. Oh Mann. Ja, im Prinzip, ähm. Können wir jetzt hier einmal reinholen und den Rest. Ich weiß zwar nicht genau, wie wir das machen wollen. Ja, wie gesagt, den Wohnwahrnehmen brauchen wir eigentlich. Wir brauchen aber noch eine. Äh. Fuck. Was auch immer. Das wird nichts. Ich sag's jetzt schon. Ich sag's jetzt schon. Das wird sowas von gar nichts. Äh. Mensch, 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 Mensch. Keine Rückmeldung. Ich glaub, Halfstone ist mir grad abgeschmiert. Ah. Da. Uh. Können. Oh. Okay. Das hat's nochmal grad geschafft. Puh. Jo, das, ähm. Mein Hammer brennt mit heiligem Feuer. Das sind die, die etwas mehr in das Spiel einzahlen. Da gehöre ich nicht dazu. Ich hab keine Ahnung, auf was ich hinaus will. Also, ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall haben. Also, ich hab keine Ahnung. Oh, oh, nochmal den Wohnwahrnehmen. Jetzt lohnt's sich ja richtig. Oh, Mann. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mit Verstärkung kann man arbeiten. Jo, damit macht er mir anfangs wohl einigen Schaden. Oh. Wow. Wir hatten ja keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist, ähm. Nicht schlecht, Freund. Nicht schlecht. Es, äh. Wird so schief gehen. Es wird so schief gehen. Wow. Wow. Klar, mit Waffenarbeiten. Da hab ich auch nicht dran gedacht. Okay, nochmal. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir müssen Karten loswerden. Ähm. Das ist doch schön scheiße. So richtig schöne scheiße. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, f*** this. Ähm. 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 Okay. dann kriegt mir so einen kriegen wir so ein lauch es ist unglaublich es ist unglaublich es ist unglaublich ja freunde wir haben keinerlei sports und aus diesem grund das war gar nichts das war sowas von gar nichts mein Name ist Ed Winkmann wir sind im nächsten Video das heißt Let's Play HalfStone Kartenkaufs yeah bis dahin Ciao